Und da sind wir wieder mit Five Nights at War's Chicken und damit herzlich willkommen auf meinem rostigen Kanal der Weihnacht. Wir werden versuchen heute Nacht 4 zu überleben. Wollte machen gleich vor. Und letztes Mal war schon ziemlich viel zu tun, vor allem mit dem Spooky mache, dem kleinen Menschen hier auf der linken Seite und in der Lüftung die zwei Kollegen hier in der Mitte. Oh, viel Stress, viel Stress. Aber es macht richtig Spaß. Was natürlich hoffe, ihr habt auch Spaß. Ich lasse ihn einmal, lasse ich ihn reden, bis ich das erste Mal kaputt bin. Oh, hey, hello, hello. So, there were apparently some other animatronics that were associated with this establishment. One was a newer model of the grey cat. I believe his name might have been Little Grey. Well, we can't seem to find him. We're same with the other two. I think one is blue. I don't have a clue about the third though, or if it really was owned by the old company. Well, they should behave like most of the others would with the bar. Good night. Was sagt er, ein blauer kommt jetzt? Ein blauer? Ein blauer? Ein blauer? Ich mach's lieber mal, ne? Oh, er kommt auch schon. Oh, er kommt auch schon. Er ist noch da. Hopp, hopp, hopp. Danke. Er ist noch da. Hier ist keiner. Er ist noch da. Solange keiner an der Lüftung noch kommt. Und vor allem der Kleine, wo man da nichts mehr machen kann. Den mag ich nicht. Der sieht zwar so niedlich aus mit seiner Brille. Aber ich mag ihn nicht. Musik. Er ist schon da. Oh, er wird er hier. Oh, er wird er hier. Und muss er so oft seinen Steuer rumdrücken. Oh, jetzt kommt wieder die Musik. Ja, hooo. Hauptsache die Kleine, die kommt nicht. Ja, hooo. Ja, hooo. Ja, ist noch da. Ja, hooo. Das ist so köstlichste Spiel. Komm ich wieder zurück? Wer hat ihm erlaubt, hier einfach fortzugehen? Ja, glaub ich. Oh, das ist der Nervige. Der braucht immer so lange. Oh, ich kann nicht mehr Hau ab Oh, hau doch ab Ich kann nicht mehr Oh, jetzt kommen sie wieder bei Jesus Wieso geht er nicht weg? Das hat doch das letzte schon mal funktioniert What? Also brauche ich das Licht bei ihm nicht machen Weil er kommt so oder so in die Office Oh, hey, hello, hello Oh, so there were apparently Some other animatronics that were Associated with this establishment One was a newer model Of the grey cat I believe his name might have been Little Grey Well, we can't seem to find him We're same with the other two I think one is blue I don't have a clue about the third though Or if it really was owned by the old company Well, they should behave like most of the others would Good night The blue Er sagt aber irgendwas von blau Aber der ist ja braun Aber hier ist ja kein blauer Es gibt keinen blauen Und man muss die Maske nehmen Sagt er Aber muss ich warten Bis er kommt in die Office? Oder schon, wenn er im Gang ist Ich habe keine Ordnung Shit, jetzt habe ich gedacht Es funktioniert wie nach 3 Minuten Licht Wie beim Grauen Böse Welt Lüftung Jawohl Von links Es wird stressig Ja, danke Mach mich nur noch fertig Lieber die in der Lüftung Wie er Wie der braune Aber jetzt müsste er doch bald Er war links Er könnte Er ist noch hier Ich habe es doch gewusst Er kommt schon wieder von links Oder er verarscht mich Das war ja klar Dass diese kleine Mario Da kommt Hau ab Das war ja sowas von klar Mit welcher Lüftung ist er jetzt? Ohne die kleine Mario Ist man noch lieber Wie der braune? Ich weiß es nicht Am besten könnten sie alle wegbleiben Das ist etwas ruhiger Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht wird. What? Hab ich ihn übersehen? Ach, nee, oder? Hä? What? Oh, Mann. Kacke. War der rechts? Ich hab doch keinen gesehen. Wir singen. Das gibt's doch wieder mal nie. Ah, Leute, Leute, Leute. Ich krieg ja echt noch zu viel. Ich würd mich so freuen, wenn die Kacke nach dir noch überleben würde. Aber meine Hoffnungen geschwinden. Von Sekunde zu Sekunde. Ich bin ein bisschen überfordert, mal wieder. Ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen. Ich komm' grad so gut, wie lange ich schon aufnehme. Ich bin ein kleines bisschen Abwechslung reinbringen. Aber... Ich hab so eine ganz komische Vorahnung. Wie das Spiel ausgehen wird. Oder diese Nacht vier. Er wäre da. Er ist noch da. Dann doch lieber keine Lüftung. Keine Lüftung. Ich hab mir da. Ich kann wieder gar nicht mehr ein. Hau ab. Damn, Jesus. Ja, uh, uh, uh. Wow. Mann. Äh. Wenn die Zeit in dem Spiel nicht so langsam rumgehen wird. Also so langsam. Also ob ich Zeit hätte. Ich hab keine Zeit. Die Zeit muss schneller runter. Und kriege ich zu viel. Einen kleinen Tick schneller wäre nicht schlecht. Aber ich zeig dir nur immer wieder. Dass man mich ärgern will. Hab ich da jemanden gesehen? Ich hab schon Paranoia. Er ist noch da. Hier ist keiner. Er ist noch da. Verdächtig ruhig. Sehr verdächtig, Leute. Das gefällt mir nicht hier. Wow. Das gefällt mir nicht. Ich hab mich noch da. Ja-hoo! 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 Geht es dir da, oder? Also man kann es jetzt ja wirklich übertreiben. War der jetzt noch hinter... Einer war oben, einer war vor mir gestanden. Und wenn jetzt der andere... War der jetzt im Gang, also in der Hellway, also vor mir, hinter den zwei beiden, wo ich es ja nicht sehe. Plus... Letzter Versuch, also es ist jetzt der letzte Versuch. Entweder es klappt... Oh, das klappt nicht. Ist das der, der immer hier steht, dieser graue Hang da? Oder auf so eine Lüftung ist der ja nicht gekommen. Oh, Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. Ich brauche einen Schluck trinken. Ah, das ist immer mehr zu heftig hier. Ich habe ja gesagt, es ist verdächtig ruhig. Und das kann nicht gut sein. Wenn es mal so ruhig ist. Hau ab. Also auf der Lüftung müsste er auf jeden Fall nicht viel kommen. Kommt er schon mal da? Nein. Er ist noch da. Mann, 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 Mann. Das finde ich nicht fair. Was für ein böses Spiel. Er hilft mir das Nase drücken, auch nichts mehr. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Da kommt von rechts Diese Pappen Ist er weg? I don't know Also jetzt wirklich 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 Last Attempt Absolut letzter Versuch Wenn ich es jetzt nicht schaffe Da war es leider mit dem Worst Schickle Da war es leider auch der letzte Part von mir Weil da muss ich leider sagen Das Spiel hat mich bezwungen Wir wären jetzt eh drauf gegangen weil Da der kleine hier da war Und der war auch schon auf dem Weg zu uns Plus der an der Lüftung Da wäre noch der gekommen Und noch einer von oben Einer von unten Einer von rechts Einer von links Warum auch nicht? Warum einfach wenn es so schwer sein kann Aber es macht Spaß Wir holen von Fun 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 Ich liebe ihn Äh Der hat uns vorhin Und wenn der nämlich Der war vorhin hinter diesen beiden Oh Oh no Oh no Ja 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 Ich liebe ihn Ja Ich liebe ihn Oops Oh der Ja 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 Schrauben Ich musste ja die Maske runterziehen, weil ich war ja schon bei drei Striche. Beim vierten Strich ist sowieso Ende. Da bin ich erstickt. Ach, schade. Schade, schade, schade. Ja, Leute. Das war Five Nights with Worst Chicken. Leider habe ich die 784 nicht gepackt. Mist, ärgert mich. Da wird es erst mal vorerst, ich sage mal vorerst, vorsichtshalber, mit Worst Chicken gewesen sein. Zumindest mache ich mal eine Pause, eine etwas längere Pause. Vielleicht werde ich nochmal die Nacht 4 irgendwann mal in Angriff nehmen, wenn ich nichts mehr so zum Spielen habe. Ansonsten hoffe ich trotzdem, dass ihr ein bisschen Spaß gehabt habt. Ich bedanke mich sehr bei euch, Herr Susel. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten werdet auf meinem Rosti-Kanal. Habt mir nur noch zu sagen. Genießt das Leben. Enjoy the life. Hauptspaß miteinander. Bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschö mit den Fingerniger Rotz. Euer Rusty Man. Der Rosti gesagt Tschö. Thank you. Goodbye. Ciao.